Schönen guten Tag, ihr Blutsauger, und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir müssen quatschen, und zwar, im ersten Blick nichts Schlimmes, es geht darum, dass ich jetzt vier Tage in München bin. Ich bin einmal eingeladen worden, nach Nvidia zu kommen, beziehungsweise die neue Grafikkarte in Aktion zu sehen, in Kombination mit dem neuen Add-on von The Witcher 3. Das ist am Freitag, und danach, am Donnerstag, ist das... Wie konnte das passieren? Am Donnerstag ist dann... Ach, am Samstag, entschuldige ich bitte. Am Samstag ist das dann Let's Flats... Let's Flats, Let's Flats, Let's Flats... Nein, das Let's Flats von Battleborn, wo ich ja auch mit am Start sein werde, was ja auch live übertragen wird. Und ja, das ist... Da ist also noch ein bisschen was los, beziehungsweise ich bin halt einfach nicht da, und ich hab's nicht geschafft, und ich wollte mich auch gleichzeitig nicht stressen, irgendwie das alles im Voraus aufzunehmen. Also, gerade Stardew Valley ist ein Spiel, das spiele ich auch sehr gerne in Ruhe, und da hetze ich mich so ungern. Deswegen hoffe ich, dass gerade ihr das verstehen könnt, wenn da dann mal bis Sonntag Pause ist. Das tut mir sehr, sehr leid. Das tut mir wirklich sehr leid. Ähm, gleichzeitig können wir uns auch gern mal nach einem neuen Spiel umschauen, damit wir... What? Okay, hab ich vergessen, die zu füttern gestern? Ah, ist klar. Crabs stellt sich quer. Okay. Okay. Eine Kuh gibt keine Milch. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Es tut mir halt, wie gesagt, sehr leid, weil ich Stardew Valley halt auch sehr gerne spiele, und wir halt fast das erste Jahr zusammen geschafft haben, was ziemlich cool ist, und das wollte ich auf jeden Fall noch irgendwie abschließen, und ich denke auch, dass gerade solche Punkte ein schöner, äh, ein schöner Punkt sind, um dann auch vielleicht mal was Neues wieder anzugehen. Ich habe vergessen, wieder die Eier in die Maschine zu schmeißen. Äh, da da. Zack. Ich gucke mal, was mein Slime-Freund macht. Slime-Freund? Das ist ja voll doof. Was bringt der mir denn, wenn der einfach... Der bleibt da gar nicht drin. Das ist echt doof, weil... Dann... Dann kann ich ja mit dem nichts tun. Dann komm wenigstens kurz hier rein. Kommst du? Oh, mein Slime-Freund ist sauer. Weil ich will den nicht töten. Wenn ich den doch jetzt töte, dann... Dann ist das doch doof. Dann... Irgendwie glaube ich, dass da nichts ordentliches bei rauskommt, wenn ich den töte, sondern dass es halt einfach ein Slime war. Aber warum kann ich den dann... Ja, wofür... Wieso habe ich den dann da? Das ist ja doof. Enttäuscht mich gerade ein bisschen. Äh... Weil mein cooler Slime-Freund und ich ja hier schon viele Abenteuer erlebt haben. Oh, die Pam-Lam kommt. Aber was haben wir denn da Feines? Holly! Okay, Holly... Nicht so... Warum hing... Oh... Und da sind noch Wurms. Komm... Ja! Snowjam. See you later, Pam! Ich fahre gleich noch mit der Bahn. Habe ich noch... Ne, ich habe auch keine Geoden mehr. Ähm... Wenn euch vielleicht was aufgefallen ist, weil ich mir dann nicht hundertprozentig sicher bin, ähm... Ich sitze gerade an einem neuen Monitor. Dazu wird es auch noch ein kleines Video geben. Ähm... Und irgendwie kommt es mir so vor, als wenn ich mehr sehe. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so ist, oder ob mir es halt nur so vorkommt, weil es größer gestreckt ist. Aber irgendwie wirkt alles kleiner. Und gleichzeitig dadurch größer, weil ich auf einmal mehr im Blick habe. Ihr versteht schon. Hoffe ich. So, wir reparieren wieder was Neues. And up and down. Juhu! Oh, die Brücke wird repariert. Wie sick! Und Winterseeds. Yay! Die können wir auch noch anpflanzen. Aber dadurch wird die Brücke repariert heute Nacht. Oh, das ist super. So viele wundervolle Bundle. Danke dir, danke dir. Hehehe. Schubi-dubi-dub-dub-dub-dubi-du. Da rennt er weg und ist ganz froh. Und da grüßt er mich. Da bringt er das nächste Sternchen an die Wand. Ha, ha, ha. Schön. Das ist auch wieder gut. Auch hier haben wir wieder was geschafft. So. Jetzt wird die Brücke repariert. Da brauchen wir dann nämlich später ein paar Bomben. Da kann man nämlich fantastisch fahren. Da kann man richtig, richtig gut fahren. Schubi-dubi-dub-dub-dub-du. Tauen wollte ich nicht. Don't stab me now. Habt ihr gerade gesehen, dass das Bild 4 zu 3 war und nicht gestrickt? Das war crazy. So, wir gucken mal wieder im Laden. Ich hab bestimmt den wichtigsten Tachel hier im Laden vergessen. Deluxe Speed Grow. So. Okay. Wir müssen immer noch ein paar bestimmte Erze finden. Alles klar. Fängt direkt so an, wie ich das gerne habe. Hey Leute, ich bin ein Slime-Fan. Ich hab viele von euch. Ich hab einen von euch zu Hause. Aber dafür mag der mich. Könnt ihr mich also in Ruhe lassen? Das war ein richter... Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist immer schlimm, wenn man in dem drin steht. Ähm... Da kann immer viel passieren. Kack die... Fruit. Da oben ist schon wieder einer. So ein Krimineller. Da kommt er. Angeswingelt. Angeswingelt. Und wieder los. Komm her. Das war auch direkt die beschissenste Ebene, die man haben kann. Sehr gut, da kann wenigstens keiner raus. Warte, jetzt muss ich kurz den Controller mal auf den Tisch legen. Beziehungsweise auf ein Mauspad, damit der nicht immer so komische Geräusche macht, wenn ich angegriffen werde. Ich hasse die Ebene. Um die Geoden. Eine wenigstens. Ich hab wieder mal nicht geschaut, was für ein Glück oder Pech ich hab. Aber ich denke, wenn man diese Ebene bekommt, hat man automatisch Pech. Schnell abhauen. Zack, zack, weg. Okay, ich hab zwei Erze schon gesehen, die ich gern mitnehmen würde. Ich glaub, das sind Abigail-Erze, ja. Okay, ich hab wenigstens die Erze mitgenommen. Obwohl man hier echt nicht viel findet. Wie findet man eigentlich hier überhaupt? Ja klar, auf den unteren Ebenen wird einfach mehr sein. Ein Schritt in die richtige Richtung wäre schon mal das richtige Schwert zu haben. Das sieht aber auch schon mal gut aus. Schön, wie ich alles hacke. Oh, ein Loch. Aber die nehm ich noch mit. Ja. Ich bin in. JD. Also Jade. Hatte ich aber auch schon. So, den hauen wir noch weg. Da unten ist nämlich nochmal Stuff. Jawohl. Ein bisschen Geld machen wir so auch noch. Jetzt heißt es wieder, die richtige Leiter finden. Komm schon. Ja, endlich. Schön in der Nähe bleiben. Ja. Natürlich kommt der Nächste. Kann der mal weiterfliegen. Weil da ich immer so lange lade. Aber ich heimlich mehr als er Damage macht. Oh, das war ja widerlich. Ah. Da hinten haben wir doch was. Darf der sich auch mal ankündigen? Langsam reicht's. Magma Geode? Jawohl. Schreckliches Wesen. Ja, hier brauchen wir auch noch diese Frucht. So, ist schon spät. Dieses Bild ist 4 zu 3. Hier ist wieder gestreckt. Habe ich noch nie drauf geachtet. Neuer Slime ist gut. Geoden. Das Essen, was ich brauche. Und Quatsch. Hallo Hund. Ach, da bist du ja wieder. Ich möchte hier arbeiten, ja? Bitte akzeptiere das und sei ein braver Slime. Sei ein braver Slime. Oh nein, ich habe ihn gehauen. Tut mir leid. Nicht, dass er stirbt. Ich sperre dich bald wieder da ein. Wenn du nicht artig bist. So darfst du ja noch auf dem Feld rumtollen. Leute, ich hoffe, ihr hattet wieder einen wunderschönen Abend. Und ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass ich jetzt auch ein bisschen unterwegs sein werde. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ja, diese Woche noch. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ihr könnt gerne bei Battleborn zuschauen. Es wird nämlich live gestreamt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Das war's für heute.